Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu CSGO, das hab ich euch schon zum zweiten Mal gesagt, das heißt 54Volke und der Justin ist mit dabei. Kommissagen. Ciao, Alter. Was heißt GLHF? Äh, ich glaub, gutes Hinspiel. So ungefähr. Okay. Okay, der Cutter ist das Kerl noch. Wurz. Ah, wie der direkt einen reindrückt, ey. Wahnsinn. Du bist ja... Ah, ich seh ihn. Töten! Töten! Töten, du ist echt. 3HP-Scheiße. Und ich kill ihn nicht. Das ist leicht peinlich. Let's move out. Mitte und Lampen. Oh, Julia. Nice bin ich. Hab ich auch noch einen Schuss. Warte, nicht reingehen. Geh da nicht rein. Weiß hier einfach alles. Einer ist noch in der CT und einer ist noch in der CT. Alter, was? Hier schreib ich öffentlich. Äh. Ah, ich hab's. Da soll man sein Moll halten, alter. Da wäre hier der übelste Pro-Gamer wäre. Und selbst wenn. Let's go, let's go. Hier ist aber eigentlich immer voll lustig, sich mit den Leuten hier irgendwie zu streiten. Oho. Ja. too Bose ist noch nicht aqui. mal also weiß schießt ihn an aber noch nicht jetzt im Mitte der Runde Gehe ich ihn mal hinterher sagen wir mal ungefähr wann wenn der erste Geht noch stirbt den gehen wir jetzt richtig auf den Sack den blockieren wir also ungefähr jetzt oder ich sorge dafür dass er rausfliegt in den ich mich immer rein stelle Jo mach mal ich blockiere ihn an der Tür er ist gestorben ich habe ihn blockiert da ist er gestorben richtig lustig das mache ich jetzt die ganze Zeit welche Farbe hat denn der Typ Lila ich mache mit richtig lustig haben wir jetzt was zu tun ja komm wir nennen die Folge Trollfolge let's go people warte die müssen wir mal in der Ecke englemmen wir dürfen uns auch nicht hinkocken wir müssen stehen bleiben ja hinter der Ecke nein scheiße komm mit ran scheiße ich bin tot er auch ach du auch ist das geil das können wir öfters machen solche Leute einfach abfucken ich weiß nicht ich weiß nicht weiss nicht wie die DDoS ich weiß nicht das wird ihn weiter machen Jo. Wo ist er? Äh... Neben dir. Ah, da. Ja. Bei mir oder so, um ich die Dosen länge. Da weiß ich eh nicht mehr, was das genau ist. Da wird's einfach nur gesagt haben, weil wir es mal gehört haben. So ungefähr. Eben. Ich guck gleichzeitig nochmal kurz, ne? Ja. Na. Ah, scheiße. Gott. Ah, ja. Ist auch tot. Es ist so lustig. STFU heißt übrigens, shut the fuck up. Ich wills. Übrigens, wenn du gegen mich gewollt, würd F2 drücken. Ich würd auch gegen dich. Also, dass du drinnen bleibst. Okay. Wo hinst du doch? Hier unten. Ach ja. Schießen wir an. Töt uns, töt uns. Oh, der Gegner hat mich getötet. Ja. 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 Töt uns. Ja. Töt uns. Töt uns mal. Töt uns jetzt irgendwann mal über ihr einen abfuck gleich drauf in der Hauchen. Ja. Töt ein bisschen. Töt ein bisschen. Töt ein bisschen. Töt alles trinkt. der stirbt durch die bombe hier wird nur 10 abgezogen bekommen, das ist ein Bullshit ich hol mir mal plantgranaten ach ja stimmt und eine brandgranate schmeiß ich ihn vorm Kopf vorsicht oh oh so jetzt darf ich nicht mehr anschliessen das ist geil das ist geil Kevin Ach bist du noch am Leben? Achso Ah, brauchen wir mal B Kann man mehr als 16.000 haben? Nö Smoke ihn noch ein Na Wir lassen ihn gleich blockieren Ich sehe gar nichts Hä, wo ist er? Er ist weg Geil Vorsicht da oben Ja, da läuft er auch Das ist so geil Hier ist er, lass ihn einkriegen Oh Lass weg Das tut Der ist rausgegangen Lies mal unten Ja, der ist rausgegangen 24 Stunden Strafzeit So muss das laufen Das macht doch Spaß Auf jeden Fall Ja So, jetzt können wir doch in Ruhe spielen Jo So Wenn wir eh total verlieren Äh, wo? B? Äh, bitte? Heben dir 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 Bruchhost Wollen wir den Bot mal blocken? Hehehe Nee Okay Der stirbt mich als erstes, weil er in der Mitte rausgeht Der stirbt mich als erstes, weil er in der Mitte rausgeht Gute Ah, Mann Auch hier So, ne Fortser Ah, ja Sehr gut, Justin Ah, scheiße unten Sind alle tot Diffused Ich hab Diffuser mit Wer nicht So fahren Doch Ich könnte jetzt gute Sprung machen, seitdem wir den getreut haben Ja, ich hab auf jeden Fall Ein bisschen viel Geld Ich jetzt nicht mehr so viel Ich? Nee, ich hab gerade jeweils ne Runde Voll gekauft So Vorsicht, Nate Der ist ja immer drinnen Er ist ja immer drinnen Ja, das ist jemand Ah, Zweier Scheiße Erst Er ist Er ist ok du bist schlechter als der Botschaft denn? ich würd ich hab jetzt grad meinen ersten Kill gemacht das ist auf jeden Fall richtig der will mich doch auch verarschen was hat er gemacht? guck mal ey ich den Slut den wir vorhin geernt haben der wollte mich immer an seiner Freundschaftsliste haben ich sag dann viel ab echt? ja so ein Pimmelutscher was? so ein Pimmelutscher jeden Fall point smoke point flashbang point flashbang grenade out ja man zwei Ghoul ja man zwei Ghoul guck Tor also hier Tunnel B ja Robin Mist drück mal F2 bitte ähm warte danke danke wollen wir den nerven naja let's go let's go boom deploying flashbang deploying flashbang grenade out ah bomb bomb has been planted Der hat sich nur so genannt. Hey, der spielt den Bot. Ach so? Alter, was macht ihn da? Der hat unsere Teamkameraden umgebracht. Wenn ich noch inkele, bin ich raus. F2. B. Ach, der ist da blöd. Okay, ich aggo den jetzt die ganze Zeit. Den tschulde ich jetzt auch. Der hat mich abgeschossen. Zwei Mal. Komm, will das fallen. Bitte schön. Dem Bot, na danke. Hm? Dem Bot natürlich danke. Echt jetzt? Ja. Ja. Mehr für ihn. Nö. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Erzähl bloß. Er ist rausgeflogen. Oder er ist tot. Ich weiss es nicht. Rausgeflogen. 24 Stunden. Ja. Jawoll. Wir schaffen es aber auch im Regen. Sehr gut. Letzte Runde. Leg deine Eier auf den Tisch. Mach ich. Obwohl, so fliegt das Hammer gar nicht. Pff. In Colors ist auch noch rein. Vorsicht Bitch. He. Habe wir noch eine Kiste bekommen. Geil. Du hoch. Dafür, dass wir es gemacht haben. Zweite Auskick. Wie mach ich die auf? Shut the fuck up. Wie mach ich die auf? Äh, mit 1,89€ kannst du den Schlüssel holen. Was? 1,89€ war schon richtig jung. Kann ich die nicht so öffnen? Ne. Das ist sinnlos. Noch ne Runde? Wollen wir machen? Ist noch ein bisschen Zeit. Warte, danach geh ich wirklich. Geil. Tschüss. Tschüss. prophie. Don. Known. Untertitelung des ZDF, 2020